Musik 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 Hammer, geil! Richtig gut! Musik Ja, saugeil. Deutschland ist Weltmeister, was wollen wir mehr? War spannend, aber das haben die extra spannend gemacht. Also ich wusste von Anfang an, dass Deutschland Weltmeister wird. Also bei dem Kader, was die dieses Jahr hatten, ich persönlich war sowieso guter Dinge. Also bei dem Kader, was die Kader, was die Kader, was die Kader, was die Kader, was